Wir drehen schon. Achso, achso, okay. Aschenputtel, okay. Es gab halt schon mal so ein Mädchen, die lebte so mit ihrem Vater und mit der Mutter und die waren halt so voll süß und die waren halt so happy family und so. Ja, und dann ist halt irgendwann die Mutter gestorben. Ich weiß gar nicht genau, ich glaub das war irgendwie Krebs oder sowas, keine Ahnung. Und dann hat der Vater eine neue geheiratet und die war halt so ein richtiger Schlamp einfach. Und ja, und dann, die hatte halt so vier Töchter und die waren halt auch so richtige dumme Zicken eben und die haben Aschenputtel so die ganze Zeit gemobbt, richtig so. Die waren ein richtiges Opfer eben. Ja, und dann ist irgendwann der Vater auch noch gestorben und die waren dann so ganz alleine. Und ja, das ist die Geschichte. Ey, die Opfer, wie war ich denn mein Schuh? Was soll ich das hier? Und putz mal da noch ein bisschen. Komm hier nicht an meinen Schuh, der ist neu. Weißt du eigentlich, was Blondina auf Chinesisch heißt? Keine Ahnung, sag mal. Dumm Ding. Das ist noch voll dreckig hier. Da ist auch noch voll viel Dreck. Boah, willst du jetzt mich putzen oder so? Soll ich den Boden wischen. Hast du keine Augen im Kopf oder was ist hier los? Was ist hier schon wieder, ja? Was ist denn los? Ja, Boah, ich schil mal. Ja, wir kommen ja. Die Olle war dran. Vom Arbeitsamt zurück? Ja. Komm lass mal ein Selfie noch machen. Soll ich dir helfen? Nee. Ja, das verletzt. Danke. Bitte. Wie heißt es eigentlich? Ich bin Aschenputtel. Ich bin Antoine. Danke. Tschüss. Tschüss. Aschenputtel. Was ist das denn für ein Name? Egal. Ich muss sie wiedersehen. Schatzis. Oh Gott. Ja. Jetzt hab ich mich alle zusammen. Wie glaubt es nicht. Morgen ist eine Party bei Antoine. Von nebenan. Der mit dem vielen Geld. Genau der. Hier bei Antoine. Antoine. Der mit dem ganzen Geld. Ah. Ich weiß es. Das ist die Chance. Das ist eine Chance. Dann müsst ihr hin. Wir müssen die Leute treffen. Tschüss. 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 Schlapp. Was machst du hier? Was ist denn mit dir los? Und was hast du überhaupt an? Ich will mit Chopardi. Du, wieso das denn? In diesem Kleid. Du, da kannst du beim Theaterstück mitspielen. Ich war noch nie auf einer Party. Ich möchte auch mal auf eine Party. Mädchen, Mädchen, zeig dir, zeig Gott. Nein, nicht das Kleid, das ist von meiner Mutter! Nein! Super gemacht Mädels, komm, auf zur Party. Jetzt habe ich gar nichts mehr von meiner Mutter. Warum das Kleid? Nein! Was soll ich denn jetzt machen? Mutter, bitte hilf mir jetzt! Herr Süße, wieso bist du so traurig? Heute steigt eine Party, aber ich darf nicht mitkommen hier. Eine Party ohne dich? Das kann doch nicht werden. Ich habe, glaube ich, noch ein Kleid und ein paar Schuhe für dich. Sieg die Tiere? Kaffee, Zartel, Zucker. Der Termin hat sich verschoben. Genau dort habe ich ein Kleid für dich, aber um 12 Uhr pünktlich müsste es wieder bei mir sein. Ja, okay. Wunderschön siehst du aus. Ich freue mich schon mal. 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 Ey, yo! Weil es all am all-on-seen. Righteousness is always achieved. Hinter Joseph Blancoffer. Raising the Reggae-Banner. Der Asphaltboden zitterte Summa Tenor, als ich an einem dicken Beat mein junges Herz verlor Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor, wenn ich durch Berlin City cruises Reggae mein Motor Ich singe auf dem Fahrrad, Mabas Summa Tenor, zu Hause driech Sound auf, die Nachbarn am Humor Die stehen auf frische Downbeats aus meinem Recordstore, Concrete Jungle, Supersonic Sound ist in Kultur Wenn Party ist, dann sind wir on the Dancefloor, der DJ macht den Fers und die AD ist den Chor Du versuchst den Bass wie ne Moor, Leiche Moor, es züngt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore Geschenk, was wir haben Versteig! Kaare solid Speech storyteller! Mummingshouwer Summe Versteig mehr Und damit werde ich sie finden. Wegen dieser Schuh passt, der wird meine Frau. Oh mein Gott, der passt. Nein. Doch, der passt nicht. Doch, der passt nicht. Doch, der passt nicht. Er passt nicht. Er passt nicht. Nein, er passt auch nicht. Er geht bei mir. Er passt bestimmt. Ne, du, ich seh schon, du hast wirklich keine Füße. Nein, er passt gar nicht. Auch nicht. Er passt. Doch, doch wirklich, er passt nicht. Sorry Mädels. Sorry Mädels. Ich werde keine Vernunft mehr warten. Auf meiner neuen Designer-Rollag steht, dass du eine Minute zu spät bist. Unser ganze Terminkalender kommt durcheinander. Tschüss. Ich bin so verliebt. 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 Und... Ich kann es gut sein. Der ist die Nummer in Versuchung. Ich bin so verliebt. Und da wird es für mich mach cort. Im slogherisch ist die Nummer. Das war's für heute. Okay, okay, okay. Okay, fast.